Willkommen zu einem anderen 17 Racing Universe, Raymond von Paule! Was wird geschehen? Auf alle Fälle hier, ähm, ja, Sonoma Cent will auf jeden Fall der Neunter werden, das steht auf alle Fälle fest. Ähm, ja, Raymond von Paule, er muss die WM verteidigen und ja, gucken wir mal, was wir das für den natürlich wieder mal präsentiert von 17 Racing Universe und Racing Universe. Ja, ja. Mit drei, ja gut, Robin hat eine Runde, ja gut. Lukas ist richtig lang im XTA. So klappt, zunächst lauft der Racing Universe Liga mit dabei, keine Ahnung, wir bringen Racing und sonstige Kollegen. Okay, Samuslefano, passt auf. Der 6. Starlander! Yo, scheiß Starland. Oh Gott, die Kurve ist so gefährlich, ne? Ich habe mich hier noch einen Hover angeholt. War mir doch schön. War mir doch schön. War mir doch schon richtig. Oh Gott, die Kurve ist so blöd. Oh, der ist so glückisch. Oh Gott, der ist so glückisch. Oh, der ist so glückisch, wie ist es so glückisch. Und jetzt ist er, wie ist es so glückisch. Genau, das ist so glückisch. Ich habe ein Hover. Hey, he pushed you off the track, completely! I'm here just to treat you right. I'm here just to treat you right. I'm here just to treat you right. Yeah, that's probably not. I'm here just to treat you right. Ah, I'm gonna take it off. Wow, we're gonna take it off. How many times are you? Two times. Yeah, I'm Ritter. Yeah? I'm at the start. Oh no, 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 no. But I'm not the only one. Oh yeah, this is the only one. I'm leaving. Oh man, it's funny! Oh yeah! So happy! Ja. Ich hab das hier schon gemacht. Der ist ja schon. Das ist ja schon nicht nöd. Das ist ja schon immer so ,, hinzuzig." Oh, es gibt zuerst das ja schon, Das ist ja schon mal aufgelistend. Es ist ja schon wie ich aufgelistet. Er hat sich aber gedacht, das war so, dass es jetzt nicht so, Hey, dass hier da keine Strafe kommt bei jeder Zeit aufs Fahrt nacht. Die sind auch hier drin? Sind drunter. Carlo macht das mein Problem. Ich komm nicht an Sonnitz vorbei. Ja, wo denn? Es sind nur Kurven hier. Ja, ist das ein Mozart? Ja, das ist ein Mozart. Auf der Geradstelle leicht weg. In den Kuchen kann ich ihn schlecht überholen. Deine Übersetzung hat einen Vorteil, der ist nicht langsam auf der Geraden. Viertellangs. Da ist gescheuert. Also bei mir, ne? Oh, 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 Sonnitz ist abgeflogen. Echt? Ja. Okay. Hat er sich auch gedreht? Wie kann man vierten Platz halten? Nein, der fährt voll am Limit. Der fährt voll am Limit. Versteh ich auch. Ja. Der Sieg muss auch mal hier. Das ist auch nicht. Problem. Ich schreck immer noch keine Punkte. Also diese Saison. Ja. Nehmen wir hier Team mit. Ja. Tschüss. Ich hasse es. Jo, Robin hat's gedreht. Ich hasse es. Einfach nur. Ne, guck. Du bist jetzt aber auch im ersten Gang. Ne, Längsschaden. Ab in die Pucks. Ab in die Picks. Ich gib's jetzt erst fast auf. So weiter geht ja. Ja, du. Wir sind immer in deinem Punkt. Einfach. Haz nochmal mal die Bande geküsst. Hast nochmal die Bande geküsst? Geht doch nichts. Hast nochmal die Bande geküsst? Okay. Ich, ich hab das schon gesehen. Löwen, dann haben sie wieder ein Picksbox. Gott, was ist beim Schlatter? Vierter. Ja, Tiki. Du bist noch sechster. Alter. Hallo, Mat. Jetzt ist er Fünfter. Jo, ich glaube, das ist Solo. Der hat mich weggedreht. Kann ich merken. Ich hab ihn gefreut und dann hat er mich angestopft. Wie sieht es denn eigentlich jetzt aus mit dem Stromblock hier? Ich fahr grad noch rein. Boah, dein Sch***, ich hab den Wechsel. Boah, jetzt. Boah, ich verschalte mich. Jetzt mach ich's. Sindbar rein an US-Style, meinst du? Wie ich US-Mann 2017 vorhin hab. Ich bin Nummer 6 da. Ich bin 7, muss ich noch nicht sagen. Halt die Fresse. Sind wir da von dir? Äh, ja inzwischen ja. Die sind abgestanden, wie ich schon rauskrampele. Ja, du hattest alles den Wiesel gespart. Was? Dann hat's den Saugel gestaut. Ja. Aber wann hab ich die Füße gemacht? Ja, ich weiß. Ich hab den Zucker bekommen und auf den Start ziehen. Ich weiß, aber deswegen hab ich ja die Füße gemacht. Weil außen um geht's da nicht. Ja, ich muss den draußen. Und dann hab ich auch noch Karamada gewischt. Kann wechseln. Dann cramp ich jetzt weg und dann auch mal. Stimmt. Aber kann das sicher sein. Aber ich hab grad die Scheu, wo die Pistole ist. Hast du noch nie gesehen? Halt so nix, wenn es sich tappt war. Ich hab immer noch das gleiche wie vorher. Ja. Jetzt geht's wieder. Ja, leck mal. Oh ja, es geht so. Boah, ich bin gesau. Jo, der Fünde ist jetzt schon wieder die erste Kurve und das ist klar. Wir müssen jetzt gleich keine Veränderung. Bin ich gleich. Das ist eine Sekunde schneller. Du bist.. Was? Etwas abgehackt, ja. Ja. Bei mir auch. Wer? Ja. Ja, ich hab's. Ich meine Produktion wieder, weil der Fernsehsprecher ist. Irgendwer fährt mit KI bei mir. Wer ist denn vor dir? Wer ist denn Piki? Genau, und der vor dir? Hallo Marc! Du Motherfucker! Das geht ihm im Spiel nicht! Ja, also nee, der Harter ist, weil bei mir durchsichtiger Punkt. Ja, bei mir auch. Ich kriege immer seine Hand. Ich hab euch vermisst. Auch wenn das jetzt nur 2 Stunden waren. Ich hab euch vermisst. Bis auf Robin. Richtig. Robin, wir lieben dich! Robin, komm mal! Ich glaub, der Saar wurde gehackt! Nein! Nein! Das war's geilste! Also bitte noch so Liga rein! Nein, nein! Ein, zwei! Aber Robin, du musst doch zugeben, das war echt realistisch, wie wir da geschauspielert haben, oder? Ja, vor allem, wie glaub ich, du musst doch mit dem Hacker-Ding und sagst nicht zum Teil. Das war Oskar-Ein, eindeutig, ja. Der muss doch ein bisschen älter Schauspielern mit dem Hacker-Dingstall. Ja. Ich hab dir doch noch geglaubt. Hab so eine Poly angeschrieben, ey Juki, der will dich hacken! Das hat mich nicht geglaubt. Ja, nee, ich hatte Angst um die Liga und vor allem dann so und dann hab ich gesagt, nein, Poly, schreib mir jetzt nicht, aber sonst verliere ich noch mal die Freundschaft mit ihm und so weiter. Und dann dachte, du, das ist ja, das war ein Joke. Wieso? Erkennet Rastmaster-Geräte, interessant. Alter, ich will mal Freize haben, jetzt. Ich hab' ich vergesen. Oh! Ah, Sonics kann jetzt das Tempo irgendwie nicht mehr mitgehen, Del. Ja, aber ich bleib' an Sonics dran, geht so. Fühlst du mal mit dem Raten oder was? Ja, ja. Ja, wie immer. Sobald du ein Lenkrad hast... Sobald du ein Lenkrad hast... Ich geh' den weg. Ich hab' den weg. Ich hab' den weg. Ich hab' den weg. Das Problem ist... Das, von meinem Versehen, der Klocki du bist abhaut. Ich mein' Klockenaster ist auch eine Sekunde einfach oder eineinhalb schneller geworden. Ja, ich ne, aber... Ja gut, du hattest aber der V. Ich hatte Freitastatur mit Projekaufs. Ich hatte Freitastatur mit Projekaufs. Ich hatte vor 150 Stunden mit Projekaufs. Ich bin jetzt eine 1098 gefahren. Ja. Oh, ein Kalomel ist nur noch 6 dabei. 1, 11, 7. 1, 11, 2. Dann machst du den letzten Kalomel wieder vor dir. Ja. Kannst du dann vielleicht auch so... Kannst du dann vielleicht 10-Stand machen? Ja. Mit der Sender hier nochmal Platz gewinnen. Die saugen immer näher ran. Bei wem geht grad ist die... Ein Bambel wie immer. Du, die stellst du grad mein Link vor. Zwei Franken sind ein bisschen wachs. Ja, dann, 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 mal fighten mit denen bin ich von 6 Sekunden. Ja, ich muss mal reinkommen ganz. Wenn mal ran kommen würde. Wenn du bist aber nicht toll. Ich kann geil sein, aber ich will halt geil sein. Ich kann geil sein. Ich kann geil sein. So, ich bin zusammen. Das ist eine interessante These. Und war neuer abgeflogen in der Schnellkurve. So, ich kann mal sehen, wie wir mal Sennsteil sehen. Wow. Okay, Michael ist inzwischen auch 10,6 Sekunden. Robben, ich hab's mit dir aus. Ich überholt grad den 10. Wer ist das denn? Robben, wer sonst? Ist das Robben, echt? Ja, aber der war schon ganz Box. Das ist das Auto. Ah, ich flieg auch noch ein bisschen an, oder? Oder klar. Robben, wie weit bist du vor Sonix? Ich mein, äh... Sieh Sekunden bin ich. Sehen. Sieh Ben. Mann, das klappt nicht mehr, Gell. Alter, was ist dicker bei mir ab. Ich verliere einfach pro und ich sei Sekunden. Okay. Das ist klar. Das ist klar. Ich bin auch sauer auf dich. Ich bin auch sauer auf dich. Ich bin auch sauer auf dich. Warum? Weiß ich nicht. Ja, ich merke, Robin hat eigentlich Probleme. Das Auto ist fuchsteufelswild. So, ich hoffe, es hat den leichten Aufhängen geschaut. Der Bixer. Wer hat den Aufhängen geschaut? Der Carlo A8. Dreh ihn halt einfach weg. Dann schießt er weiter ab. Na gut, wir müssen weg. Sand, du nimmst das alles auf und stellst das hoch. Das ist halt wieder ruhig. Also gerade wer guckt sich meine Videos an, ne? Der hat auch letztens... Der hat auch letztens... Und? Danke, Glocki. Es feignet, ich hab ne Brühe. Ich bin hinter ihm, komm, sieh! Au, die Power, gib Gotti! Der ist immer noch vor mir, aber das direkt jetzt. Ich hab ne Brühe. Und ich hab ihn jetzt so unter Druck gesetzt. So, jetzt bin ich hinter ihm. At the inside goes? Nein, ich schaff's nicht. So, das wird nicht mal richtig die Kurven fallen. Und das ist dann richtig los. Wheel to wheel in der Asis. We'll be going to the Audi. Ich hab den Scheißenglisch. Ich weiß aber trotzdem. Ich redet ihn an. So, du bist generell scheiße. Ich weiß, und ich bin gar an Karl und Erzweck dran. Und ich glaub, mich hatt ich nicht richtig. Vielfbar. Zum Wuppern fahren. Ich möchte. Ich bleib mal auf. Ich mach da noch nen Fehler, ne. Audi gegen S. Das ist so relativ unfair. Aber ich... Eigentlich ist der Audi stärker. Yo, wie früh bremst der bitte? Ja, nicht auf der Strecke. Ja, aber ich... Ich bin gerade schon raus, ja. Ich würde ganz gerne vorbeigehen. Aber wir haben den Weg am Tiefdruck. Doch. Doch, doch. Doch, doch. Doch, doch. Oh Karl, komm weiter raus. Ich bin innen. Oh, und ich bin vorbei. Ja, ich muss was los ist. Was? Fehler gehabt. Bist du vierter oder was? Fünfter. Der sechste. Durch... Durch dem, dass mich Karl-O-Mart gedreht hat, ist er noch ein zweiter Aufmacht durchgeschluckt. Ohaah. Voll verbremst. Ohaah. Aber ich hab mich grad voll verbremst im ersten Sektor. Bin in den zweiten Keys gewesen. Und jetzt hab ich 6 Sekunden Rückstand auf den vierten. Robin, darfst du dich mal ein bisschen aufhalten, ne? Gern. Nee. So, Kontrolle wird nötig heute. Also Karl-O-Mart ist immer noch im Gewinn. Oh, es hat dann Riesenfehler gemacht. Oh. Riesenfehler wollte ich sagen. Aber ich finde jetzt ein bisschen unlogisch, warum man da nicht so früh ans Gas gehen darf, weil das auch dann gleich so extrem kommt. Also da kannst du wirklich erst, wenn du fast über der Bodenwelle bist, kannst du eigentlich erst Gas geben. Ja. Und davor musst du's einfach mit Schwung da drauf fahren, dann weißt? Ja. Also nicht Gas geben, sondern den Schwung einfach mitnehmen. Ja. Nix tun, den Schwung mitnehmen auf den Hügel und dann, wenn du oben bist. So, PC Cleaner wird installiert. Achtung, Teil in den SS auf der Ideallinie. Was steht das da? Ja, ich bin da, hab's ausgewichen. So, wo in den SS genau? Zweiter. Okay. Raipes, ich bin da drauf. Und eine andere Zu folk ins TuX E3 E3 vs Lике in Mestos, Äh! Ähh! Okay! Es war's ein anderes als Jesus Gutes рокubler. Das in den SS klarProdukt standen! Also, der... ey,aceyрод war jetzt gerade so und die Herrschneider in dem Er hat stattgefunden und zehn Pausten! Prozent das ist aber nicht erwischt oder Nenene aber deswegen aber einfach ich sehe aus dem Beruf ist der die Städte Prozent geleistet sich er hat mich aber auch schon abgedrängt es ist ein Schicksal du kannst Ah, ok. 8 Sekunden. Kannst du dich noch mal irgendwie drehen an Tiki oder sowas? Nee, ich muss den mal herankommen. Ach so. Aber ich hab schon wieder 3 Sekunden aufgeholt auf ihn. Ok. Soll ich hier mal hinkommen und dich noch drücksetzen? Ah, mich setzt du noch drück? Ja, ja. Oh, die Pilonen in der Kurve. Keine Ahnung, wer die umgehauen hat. Ja, ich freu mich auch. Ja, ist der gewisse hier. Halten bei euch die Reifen durch? Nee. Ja. Also ich glaube, ich kann ohne Stop fahren. Ja, du musst doch rein. Ich hab gerade mal einen Vierten verloren. Raymond. Hä? Ich hab gerade mal einen Vierten verloren. Das ist sehr gut, dann kannst du nämlich den Reifen wechselspannen. Vielleicht kommst du den nach vorne. Ja. Das ist das, wenn man dann mit Setup fährt halt. Ja. Sie fahren mit Setup und ich hab schon unter die Hälfte. Ich bin gerade erst unten bei der Zeit gefahren von mir selbst. Oh, jetzt kommt Glockmaster ein Tritt so langes, aber jetzt hat er Feuer gefangen. Nee, ne 1, 10, 2, ne 1, 10, 2. Von 13, 0 Grad. Ah ja, jetzt, jetzt, siehste, jetzt, jetzt geht Glockmaster ab wie ein Zeppchen. 12 Uhr bin ich ein bisschen. Jetzt mischt er das Feld von hinten auf. Nee, ich werde glaube ich nur noch einen erwischen, glaube ich. Ja, ich, denkst du dann auch mal weg für mich, ne? Ähm, nein, nein, mir ist jetzt vor mir. Ah, ich ja schon. Set in die Box. Okay. Da geh für die Info. Wer ist siebter? Ja? Ehh, kallon, der ist grad mal ja kurz vor den S ist mit mir. Weiß nicht, wo du dacht. Wo bist du eigentlich? Ich grad Ziel bin ich jetzt drüber. Jo, ich grad mal am Anfang der S ist. So, er ist der S. Aber bei dem hinterliegt kein Trommerteil bei mir. Der jetzt auch nicht mehr bei mir. Ah, das sehe ich bei mir. Ich werde Ziel. Irgendwer ist an der Box. Das ist Micha. Was, den überrunde ich ja gleich. Ich glaub, der hat ne Runde weniger wie du. Ja, Micha ist zehnt und ich hab ihn jetzt überrunde. Am schlimmsten ist halt mein linker Hinterreifen. Ja, meine Hinterreifen bauen auch ein bisschen mehr ab. Oh fuck, jetzt bin ich im Kiesel. Echt? Ja, klar. Du bist ein Schein echt. Ja, der Champion ist mal ein Kiesel. Ja, der Champion ist mal ein Kiesel. Mit dem meisten Fehler machen. Ohhhh. Das ist ja mal eine Feder erlaubt. Naja, neun Sekunden hab ich noch. Ja, wenn ich tot gut genug kann, kann sich nochmal drehen. Kann sich das nicht sogar so nehmen, damit ist aber nicht so gut. Ne, ich versuch jetzt ja Reifenschonen zu fahren. Ich gebe das Vollgummi. Ich gebe das Vollgummi. Ich gebe das Vollgummi. Ich gebe das Vollgummi. Aber fliegt wirklich ein bisschen an. Ja. Komm her, du brauchst schon Vollgummi. Alter. So ist er. Hey. Wer drängt mich, aber ich fotzt ihn rum, Alter. Ja, ja, komm so raus. So, eine Sekunde zu Zicke. Okay. Okay. 46, ja, äh, geteilt durch 10. 3. Du weißt doch die IP. 1, 10. Ja, aber die ist falsch anscheinend. Ja, du musst hinten, es ist... Töcki, dann bist du schneller jetzt grad wie ich. Ne, ich verschalte dich. Ja. Ich lass uns jetzt ein bisschen ruhiger angehen hier. Ne, ich nicht mehr. Ich verwalte das. Boah. Ja? Mhm. 12 Ramm, ich jetzt halt fahren. Pauli. Ich hab jetzt eigentlich noch mal das Wort weg. Das hast du mich auch gefragt. Wird es, wenn mein Fahrt kommen? Hast du schon Brutschig was passiert oder nicht? Bin ich Gott oder was? Ich schenze dir jetzt erst mal das Richtige. Das ist wichtig. Also Sonic ist vielleicht nicht gut, äh, momentan. Also Glocki, wenn du die Zeiten durchhältst und Reifen schonend... Nein, Herr Pauli. Nein, Herr Karl war da nicht von der Box. Ne. Der ist immer noch hinter mir, weil der... Komm, der... 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 Der fällt jetzt auf mich. Sogar hat er wieder 1. gewonnen, aber ich meine, bitte. Mit Timo von vorne oder so ein bisschen... Aber jetzt bin ich bei 1 Drittel vom Reifen hinten weg. Wo bist denn du grad? Der hat gerade irgendwo achter keinen Angriff genau. Ja, aber ich bin mir noch verziert. Oh, Karl, der macht einen anderen Cut gegen mich. Oh, oh. Was? Der geht nicht. Der ist jetzt in der Sitz. Lukas dreht sich. Nein. Und join einfach den... Der der Strecke. Vor dir oder was? Ja, ja, ich hab den überrundet. Box des... Robin, ne. Ich geh die Dicke, die ohne Box. Weil der... Der kommt dann aber noch gar kein Geschmack. Ich finde, ihr müsst jetzt noch mehr Zeit. 30 Sekunden. Reicht das für 30? Wechsel. Jo, wie bist du? Wie viel lässt der Kalmer bitte reparieren? X-Draget Box. Box des... 37 Sekunden. Reicht das mit mit der ganzen Box? Vor allem, was ist das? Wie viele scheiß Boxen bitte? Jo! Mal ganz kurz... Komm, 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 komm! Ramin, was meinst du? Andercut oder... Ich würd... Also solange du die Zeiten da durchfahren kannst, würd ich die fahren und frei fahren kannst. Ne, ich mein, ohne Wechsel. Oh, komm, 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 komm! Ja, ich würd auch... Also ich werde nicht wechseln. Ramin, du überrundest mich gleich. Ich bin dann ne Box. Ich werd nicht wechseln. So nix verliert. Ordentlich Zeit. Ich will ja nicht wechseln. Ich mein, nur so mit der Box. Ramin, guck mal, ich deutlich überrundest mich grad. Ramin, ich hab mich geführt. Ach, Mensch. Fickt euch doch echt. Also ich fahr 1L an. Also ich fahr 1L an. Das wird sauknapp und ich verliere. Dieser scheiß Mixer macht einfach einen fucking Undercard gegen mich. Was, du fährst noch 1L? 1L-0 fahr ich jetzt grad. Ich fahr waldend. Okay. Okay. Zwisch mir und ihm wird es in Ordnung direkt. Ey. Rikki, da kannst du dich reinstechen, wenn ich zuhmach. Oh mein Gott. Sonix ist so eine Sekunde schneller. Der fährt 1-12er Zeit. Oh, ich komm jetzt krass. Solange er das fährt, hab ich da kein Problem. Neue Reifen drauf, das passt. Reichen auch noch 40 Liter noch? Ja, 48 reicht schon. Ich hab noch 38. Ich hab noch 36. Ich hab mir nicht gedacht, das wird auch reichen. Das wird knapp 38. Ne, ne, ich hab noch 38. Ich hab noch 39. Ich hab noch 36. Ich wollt heute eigentlich auch mitfahren. Na, ich weiß. Aber der Cent musste mir einen Trojaner drauf spielen. Ja, ja, jetzt reichts aber nur weil ich diese Datei auch hatte. Das heißt nicht, dass du eine hast. Lauf dieser Möbel bei mir auch gerade. Bitte. Dafür läuft er jetzt dreimal so schnell, wie er schafft. Und Kramet hat trotzdem Stops. Yes. Raymond, vierter Safe. Maurof ist Sechster, okay. Ja, ich war in der Box. Ja, ich war in der Box. Ja, du bist 5. Ich glaube ich bin 6. 80. Ja. Robby. Wie wir gerade geredet haben von einem Undercut, weil ich bei dem ich nicht fighten wollte, damit ich vorbei, damit ich nicht aufhalten werde, hat auf einmal ein Fehler gemacht. Und ich bin außen voll vorbeizogen. Aber du musst doch nochmal an die Box, oder? Nein, ich war gerade. So, ja gut, aber nein. Und jetzt muss ich halt extremst hart abdecken, aber ja. Ja, hinter mir ist Kramet, das kann so lustig werden. Wie weit ist Mauer vor dir eigentlich? Und in der Endzeit ist... Ich war gerade in der Box. Äh, vor mir ist Sonics, 15 Sekunden. Oh, ich will ja gleich von Hollands hier überrundet. Du willst Kramet zusammen, weil er da sitzt. Guck mal, ob du da ein bisschen was abklappern kannst. Du willst keine Zeit verlieren, ey. Ja. Und Sonics, sorry, wenn ich dir über keinen Platz geben muss, aber ich jetzt gerade feiern. Sag mal Rayman. Rayman! Kann es sein, dass du mal gern was abschlappern würdest? Abschlappern. Rayman, hier gibt es gerade Wichtigkeit zum Rennen Infos. Und zwar, ich und Kramet halten dort Sonics auf. Aber voll. Weil ich glaube ich bin im Fight. Oh, er bremst sich rein, was ein Vollidiot! Nö, das darf er machen, das ist mein Maid. Hast du jetzt Sonics gedreht? Hast du jetzt Sonics gedreht? Ne, ne, ne. Ich meine, Karl und Matt. Karl-Mann hat sich total ausgedreht, aber okay. Ja, ja, der war in der Endzeit bei mir. Ich lass ihn im Platz, weil die dreht er sich weg. Wie in Watans Clan. Ja, wieso entschwingt sich der? Wirst du da lassen? Ah, ne, doch nicht. Ne, der hat... Das sah bloß gerade aus. Was ist los? Ja, ich glaube, er wollte sich bei mir Sonics schon ein bisschen aufgeholt haben, glaube ich. Und bei mir eventuell, weil irgendwie sind wir mal probiert. Ja, er hat ihn aufgehalten, er hat jetzt eine Sekunde verloren. Also, ich bin jetzt vor Sonics, ne. So, ich muss bloß sagen, ich muss bloß aufblenden, anders ist es vorbei. Oh, Tiki ist nur noch die Sekunde vor mir. Bin ich gerade noch normal? Ja. Ja, ey, du bist abnormal. Ne, abgehackt meine ich heute. Nein. Okay, nun ist es Karl und Matt. Das hat Verbindungsprobleme, glaube ich. Echt? Ja, er hat ihn sauer umgeleicht, den habe ich gerade überrundet. Ich glaube, er ist nämlich erstens sofort vorbei, wenn er dann mal näher mit ran wäre. Ich glaube, er hat ihn gerade überrundet sein. Hä? Ich habe Karl und Matt gerade überrundet. So. Wie viele bist du? Dritter? Dritter? Ja gut, aber wir müssen an den Boxen, oder? Also, es ist locker. Ja. Aber glaubst du, ich muss wechseln? Ne. Ja. 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 Sonex muss man bloß sagen, wenn er vorbei will. Ich war schon mal nicht gut. Ja. So 12-7 fahre ich gerade. Jo, ich fahre keine Presszeiten. Ach, die Flocke, die macht... Die ist... Ach, die habe ich mal ausgeführt. Was? Die Flocke. Ich schaue gerade auf Sonex. Gibt's in der Runde gar nichts? In der einen Runde habe ich... Ich halte die erste. ...die halbe Stunde drauf gewonnen, obwohl ich... ...meiniges langsamer war. Eigentlich, das war keine gute Runde. Ich schau mal jetzt, jetzt habe ich keinen Verkehr mehr. Jetzt habe ich Sonex vorbeigelassen. Was dreht sich denn der immer? Oh, du bist 10. Robin ist wieder in der Runde getestet. Ja. Da seid ihr schon. um unter mir aber das ist denn das ist ich gehe nichts zu tun in die Box rein ja endlich ist die Erdbeer okay soll es gehen so ob er der Masse Robin ist 11,5 Sekunden weg Ja, ruhig nicht Ja, ne, bin klar Ich seh euch Ich bin ja nicht so verziehen Weil Tiki's trifft hier, wo wir essen sind Robin, ich muss dich gleich in Runden Das glaube ich schätzen nicht Was denn Waste-Room ist komplett aus meinem Invent Habeck Das musst du dir einfach aus ins Donnermal holen Das ist nicht weg, ich glaub mir Das ist normal, wenn's weg ist Glaub mir Bambl weiß das, weil das ne Pre-Mission ist Ja, ja, deswegen Okay, ich fahr doch noch ne Runde Ey, aber Raubel, da könntest du euch auch noch vergeben, ich mach mich sehen Willst du Reifmax und Rayman? Nö Ich würd's machen mit dem Z4 Nee, echt nicht Aber Bambl, du musst einfach so genügend aufs Spiel starten Und jetzt wird das und da kommt dann Ohaah, voll verbrennt Ja, ich hab grad so ein paar Spiele schon eingerollt Ja, fast So, guck mal, ob es an die Box geht in der Runde So wie ich doch wieder drüppler zählt Ja Ohaah, scheiß Körb, komm rum Und soll ich, ich geh an die Box, Rayman, kurz in die Form Glocki, ich hab grad nicht gefühlt wie du Ich hab grad bei Project Cars Installationsdauer 4,5 Stunden gesehen 4,5 Stunden? Das ist nix Mir dauert Project Cars insgesamt circa 10 Stunden Ach so Bei mir dauert es im Moment 50 Minuten Ja genau Ja genau, ich brauch Also bisher war mein bestes Internet, ich glaub 3,4 Endbits 3,5 Endbits Ich hab hier durchgängig 5,5 bis 6 Ja Martin Hey Rayman, was hast du jetzt für Zeit mittlerweile? Keine Ahnung Ich bin, ich kann's ja gleich Ach komm, dann fahr ich halt noch ne Runde Ja, aber sonst war's für Box, ne? Nee, ich geh da noch ne Runde Ja, wann du reigen gehst, ist ja scheißegal Der war in der Letzteren Ich fahr in der Letzten Jetzt darf Ja, ich fahr grad an der Box Dann hab ich ihn ja zurückgebrochen Machen wir das 2., oder? Nein, 4. Ich fahr Ich fahr 1,10,3 So schnell warst du gerade, okay Warte, ich kann's dir das sagen Warte, ich kann's dir das sagen Ich fahr in die Box rein Äh Dauert noch ein bissel, aber Die Clip Ich bin grad ne 1,11,7 gefahren Was ist das? Wieviel Sekunden ist Sonic hinter dir? 19 Dann hat er Reifer gewechselt, ja Dann hat er Reifer gewechselt, ja Ja Ich fahr hinten vorbei, oder? Jetzt Jetzt Dann Okay Lass uns vorbei, bitte So Wenn ich den behaupten kann, dann Wenn ich den behaupten kann, dann Wenn ich den behaupten kann Wow, Glocke, ich gebe jetzt mal Gas Mahne, ohne Witz Ich hab die schlechtesten Reifen kranker kontern Ja Ja, tatsächlich hat ne enorme Beschleunigung Ja, genau Ja, genau Ich muss ja den Box auf einmal hin Jetzt guckt, wieviel Zeit du verlierst Der Box verlierst Ich geh mal kurz vor sich Das ist nicht klar Raymond, Vorsicht Du fährst schon wieder, Raymond? Ja, du verlierst 24 Sekunden ohne Boxenstopp Okay Ich fahr jetzt am besten schon Ich werde jetzt so ein bisschen Zeit verlieren Hast du, hast du, hast du Dings? Hast du Reifen gewechselt? Nee Ja 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 Ja, okay, das weiß ich jetzt nicht, ob ich dir davon ziehen kann, weil Wir werden sehen, am besten lass mich dann am besten vorbei, wenn ich weg bin Ich bin mal hinter Raymond WUCH Ja Ja Auf-ke-fangenen Slicks Das-sit ist nicht so einfach Was wie denn des, weil ich meinen Rommelkaut auf mich auf und das Kacke Das mach ich absichtlich Ja, ja, ich tue ich romm dich sowas, von auch ich sag's dir Ich bin einfach eindeutig schneller. 24 Sekunden verliere ich. Ja. Ja, Robin holt jetzt einige. Aber du kannst vielleicht den Maul aufschlagen. Ja, das kann gut sein. Ich bin nur noch im Rutschen auf den alten Reifen. Hol die neue. Ja, das wird ein hartes 7 Runden für mich. Der hintere Linke, der macht ordentlich schlapp. Bei mir der vordere Linke. Boah, scheiße. Bei mir ist es auch schon relativ down. Ich bin einfach schneller, alles klar. Naja, überholen hast du mich noch nicht. Ja, ich fahr gerade wieder wie du. Ich fahr jetzt nicht auf dir hier. Aber Robin holt noch weiter. Okay, ja gut, das hat ein bisschen etwas dafür. Ich roll das auf, ich hab keine Reifen mehr. Stimmt, ja. Ich hab, ich hab, ich hab da irgendwie frische neue. Ich bin hier für dich an der meiste Zeit. Ich weiß nicht. Ich bin hier für dich an der meiste Zeit. Ich bin hier für dich an der meiste Zeit. 11 Uhr. Ach, Kloppmaß ist der zweite? Ja. Ich bin zwischen euch. Der wird aufs Podium fahren. Am inzwischen hat TG20 die Ruhe. Ich bin nochmal schneller, ok. Der fahrt von aufs Sonics. Ist das vielleicht dritte? Ja, ich meine Kloppmaße. Sonics ist schneller. Ja, mit neuen Reifen. Ich hab jetzt hier irgendwie einen Siegeskampf halt mit dem so richtig zu bekommen. Problemskampf, so weißt es. Ja, mir nicht schlecht. Ich tue dann so, es soll nicht bekämen, wenn ich glaub, was er davon ziehen kann. Ich ne, weil ich kann da nicht immer Platz machen. Jetzt ganz schön, weil Remy so aufgehört, eine gute Stelle. Obwohl er das dann nicht abbrechen kann. Wenn er aufs Cent aufläuft, würde ich einfach in die Box fahren. Ganz ehrlich. Was wird, wenn Cent was macht? Wenn ich auf Cent aufläufe. Achso. Ne, aber ganz ehrlich, es lohnt sich eigentlich in dem Spiel kaum ein Reifenwechsel. Weil das, was ein Reifenwechsel kostet hier, das holst du eigentlich kaum mehr rein. Mhm. Also ich fahr jetzt mit ganz abgefahren, na gut, nicht ganz abgefahren, aber schon recht abgefahren fahr ich immer noch 11-0. Ja. Ich hab ein Viertel drauf hinten noch. Ja. Ich weiß jetzt, ich glaub, man hat noch 65% hat man vor der Link, ja. Ich hab vorne noch so 135%, hinten hab ich noch so 20. Dann hab ich ein bisschen mehr drauf noch wie du, ich mein. Ja, du weißt ja, wie ich fahr. Aggressiv. Ja, ich fahr auch gerade aggressiv. Normalerweise bist du ja reiferschonend gegenüber mir. Machst du, ich bin in der Ängste, oder? Für dich. Also in F1 zumindest nicht. Ja, F1 ist was anderes. Ey, ich krieg schon wieder ein Tempo. Ich hol auf. Ja, komm. Ich war mit zwei Rädern am Körb. Nein, jetzt hol ich dich. Oh man, Leute. Wie kräftig los sind. So? Was geht denn hier ab? Ja, wir sind Rende. Wir sind an dem Icewatch Channel. Also die ist da ein Bord. Ja, ich bin gar Hitler, Fighter Master. Aber weiß ich warum. Aber weiß ich warum nicht. Ich bin 6er bei dem Audi, das ist mein Weltrekord für mich. Na. Oh, Sound ich hat nen Fehler gemacht von der Zeit her. sind 20 Sekunden sind wie viel Runden habt ihr noch? 5 Ramin in welcher Runde bist du? 5 Minuten noch 31 auch stimmt aber da muss ich eigentlich eine Runde weniger fahren es sei ein Ramin das lässt mich an ja genau wenn du es unbedingt fahren willst kann ich stehen bleiben ja wie gesagt ich mein liegt an dir aber wie gesagt wir halt schon gleich ja gut ich mein also die Gefahr dann ist natürlich dann noch größer ja das ist ein Problem ja gut er ist nicht gezielt ja aber ich will dir schon gerne bei alle schauen wie du was ich über uns fährst damit deine Planes auch was zu sehen bekommen hey damit Carlo macht was zu sehen boah ok abgeflogen ja gut Mädels ich bin auch auf das Weg ja 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 Sam fahren wir eigentlich heute KT also ich wäre dafür ich jetzt auch ich bin jetzt gerade so gut drauf ja weil ich wahrscheinlich auch weil der ist Roto von Mainz gefahren also ich wäre dafür weil ich meine ich muss sagen wie gesagt mein Rechner braucht für die äh heimlichen Fans ähm ich muss mein PC nicht effektieren der hat nach der Drucksetzung natürlich so viele rote Punkte dass die Spiele rumlecken würden also ich könnte es wahrscheinlich frier frei zocken aber wenn sie noch nicht sauber wäre dann könnte ich mir das nicht da hat es ja umgeleckt wie die Pest äh die 2.75te weil ich einfach genau fortproduziert und genau da wollen wir dann die fortproduziert ja wir waren ein bisschen klug aber ich hab kein Wunder ich bin auch nicht last zu streamen was nicht ganz lang ist aber glaube man hat da jetzt würd ich in die Box fahren oder? ich hab ja ich hab ja ja ihr müsst weiter noch ne Reven nicht mehr aber wie viel hast du denn jetzt auf die Abstand 14 ich hab einfach keinen Kampf auf der Strecke Reven wo bist du? ich wollte doch noch eine letzte Runde fahren Schikane alles gleich mit der 5. Gang holen und bedankt ok 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 und weil Aua ok Reven du brauchst nicht ganz zu machen das ist ja du wirst es aber meine Beste hätte ich eine 12.6 zu lang bevor du so nix bist kann nix machen ja ich bin vor so nix wahrscheinlich ich weiß ich weiß dass deine Beste der Twitter ist aber inzwischen hab ich mich eingeblüht die Hosen ist die Hosen ist die Hosen die Box nein fahrt mir zu lang ooooh das war immer noch dritter oder ooooh ist er immer noch dritter oder jetzt hat's doch nix vorbei ok ok PS 사�勉 jecht was was ich machen hätte können ne fack in der allerletzte Runde in die Box Nee, das geht nicht, das geht nicht, dann wirst du disqualifiziert. Ich hab das schon mal probiert in nem Rennen. Also Dormix hat dafür, dass er gestern in der Einfunktion, wo wir dann kommt haben, in die Box schon gegangen ist, obwohl Alien nicht mehr die Linie war. Aber da hat er nur Warnung gemessen. Der Verwarnung wird bei mir auf dem 5. war jetzt eine Beulichsperre. Blockmaster ist, Treifen wechseln sollen. Wieso? Dann wärs schön zu mir. Rayman! In der wieviel Runde sei dir? 4 und 3. Ja, Rayman hat einfach langsamer gemacht. Ja, ich glaub ich werd jetzt langsamer machen, da vorne ist ein Fight, neunter gegen Zehnter. Echt? Das ist so wahrscheinlich die Zeit hier jetzt. Aber ich glaub da liegt ne Runde zwischen. Ja, ich sehs grad, ja. Weißt du, ich kenn den doch sicher 20 Runden mit den Reifen fahren. Ich auch. Rayman, du kannst ruhig langsamer machen, ich seh dich nämlich sogar. Und vor allem, wenn du jetzt in der letzten Leinung bist, dann ist das ja eh klar. Hey, wieso? Ja, ich bin jetzt gleich, ich bin jetzt gleich, ich bin jetzt gleich 34. Filter ist saunix. Zweiter. Zweiter. Dritter Clubmaster glaub ich, mach aber vierter. Ne, ich bin dritt, ey. Okay, dann hab ich klasse vierter Team, die fünfte, die fünfte, die fünfte und die fünfte und die fünfte. Ne, dann kommt der Spokalung. Wo bist denn du Cent? Ja, da. Hinter dir halt. Mach einfach langsam mal, ich streb mich schon. Also, ich mach mich noch mal langsamer, damit wir auch noch hin kommen. Also, Robert, ich grabe noch nicht hinter dir, oder? Okay, ich bin jetzt nicht hinter dir, oder? Aber du musst doch langsam mal fahren, übrigenserweise. Alter, okay. Ich kann grad nicht reden, weil ich mir kam und grad ein Pfeil fällt. Ach so, diese Karlo mal dir, du, das ist ja sauber. Weg doch. Ich will noch ein gesetzter Ring weg, gib komm, mein Auto. Ja, jetzt überholen die mich alle, äh, wohl, lasst die mich alle vor, soll, toll, ja. Ja, warte. Dürft ihr alle noch ne Runde fahren, habt ihr alle Freude, könnt ihr alle schön ins Bett. Ah, ich wusste nicht. Ah, witzig. Ich hab da noch keine OKC-Rennen, hoffentlich Lust. Letzte Runde. Bleib aber bitte stehen an der Ziellinie, ne, weil ich hab keinen Bock, dann schon abgelockt zu werden. Last round of Trucking Race. Raymond, hörst du mich? Ja, ich fahrte, ich fahrt, dass du siehst. Ich hab immer noch Angst. Komm, fahr vorbei. Ja, ich fahrt, ich blende noch auf, oder? Boah, jetzt fahrt bitte zu Ende, Alter, bei mir wird's ganz weg, ja, eng. Sonic, nur noch 21 Sekunden, wird er mich überholen können? Das ist die Frage. Das ist spannend. Ich hab Raymond überholt, komm, zieh auch die Power, zieh, ja, ich hab ihn überholt, ja. Alles klar, ja, danke Raymond, auf alle Fälle, für den Busch im Sieg. Sand, halt die Duschen mal. Ah, ein Kloppen, was hat sich gedreht? GRT, alles. Ja, GR, fahrig. Easy. Gut, raste zusammen. Oh, da vorne ist noch Micha, oder wie auch immer, zieh. Ey, warum bin ich jetzt Fünfter? Ich mein Sechster. Ja. Das ist ein Bug, das ist ein Bug. Das heißt, ein Bug ist die noch. Ja. Aber wenn ich kurz jetzt mal ganz gerne, warum sollte es hier ein Schneiden, oder? Der mich locker drei Sekunden gekostet hat. Der mich locker drei Sekunden gekostet hat. Der mich locker drei Sekunden gekostet hat. Einen krassen Dreher. Einen krassen Dreher. Ich hatte gerade einen Snap-Overs-Tier. Ich auch. Aber weil ich auf den Treib bekommen bin und dann einen 360. Das ist ein Glück, das ich einen Fehler hatte. Na ja, Raymond gewinnt den nächsten Lauf und den 10% noch nicht mehr. Ich hab da drei Sekunden noch mal liegen lassen. Glockmaster mit einer überragenden Leistung. Ja, ich muss sagen, I'm going off the day Glockmaster. Hä? Ich hatte einfach keinen Kampf auf der Strecke. Ich hatte da noch eins zwischen. Ja, auch. Ich hatte nur den Austritt von Sonics und dann, ja. Ich hatte so viele Kämpfe auf der Strecke. Ja, ich bin sauer auf Kalomat. Robin, ich hole keine, ich hole keine Punkte, ich hole sogar sechs Punkte. Wie viele Sekunden warst du eigentlich dahinter? Hinter wen? Er wurde schon freigeschaltet. Da, äh, Sonics. Armee. Jetzt, äh, mehr, weil es mich in der letzten Runde in Sektor 3 knapp ich noch angekommen bin. Ah. Aber, ich war davor nur sieben Sekunden hinter Sonics. Das hätte mich Kalomat nie weggedreht. Mehr vor Sonics. Naja, aber ich bin nicht 10. geworden, ne? Das ist gut, dass du Kinder Sonics bist. Und ich finde es noch besser, dass Bambit keine Punkte hat. Naja, auf jeden Fall, Rayman erstes weiter Sonics dritter. Glückwunsch, Rayman. Glückwunsch, Glockmaster. Super Rennpunkt. Danke. Ich sage, wir einmal sehen wir uns bei den Folgen. Ach, halt. Schau.